Ich war letztes Wochenende auf der Gamescom von Freitag bis Sonntag, was ihr übrigens bei mir auf Instagram mitverfolgen konntet. Es war mein erstes Mal so richtig und vor allem Freitag sind wir recht planlos rumgelaufen. Als wir uns aber eigentlich fast zufällig in die große Eventhalle gesetzt haben, hat da gerade ein krasser Mensch von AMD eine Rede gehalten und nebenbei ein paar neue Grafikkarten gedroppt. Gut, nicht unbedingt mein Thema, aber was definitiv mein Thema ist, ist die Software, die damit einhergeht. AMD FSR 3 oder FidelityFX Super Resolution 3. Das wurde auch angekündigt und ich dachte mir, die Chance nutze ich mal, um euch alles zu erklären, was genau da eigentlich im Hintergrund abgeht. AMD FSR 3 ist eigentlich sowas wie AMDs Antwort zu NVIDIAs DLSS 3.5. Beide funktionieren sehr ähnlich, sie nutzen künstliche Intelligenz für Upscaling. Hört ihr das? Das ist mein Stichwort. Grob kann man sagen, es kostet wahnsinnig viel Leistung, ein Spiel wie Cyberpunk wirklich auf 4K zu berechnen. Gleichzeitig haben aber eben sehr viele Gamer mittlerweile einen 4K-Bildschirm, weil es halt schon besser aussieht. Was bei FSR oder auch DLSS nun passiert, ist folgendes. Wir berechnen das Spiel, also beispielsweise Cyberpunk, nur in Full HD, also 1080p und stecken dieses Bild dann in eine künstliche Intelligenz, die daraus ein 4K-Bild, also ein Bild mit viermal so viel Pixel macht. Und da gibt es ein paar Kniffe, die ich sehr, sehr spannend finde, die ich euch auch zeigen möchte, denn sie sind auch für euch als Entwickler, falls ihr irgendwas Hardware-Intensives macht, immer wichtig. Übrigens, falls ihr mich noch nicht kennt, dieser Kanal hier ist ziemlich technisch. Falls ihr eher also an Überblick-Videos interessiert seid, schaut euch meinen anderen Kanal an. Die sind für alle interessant. Wir schauen uns hier allerdings hauptsächlich die Technik dahinter an, also wie diese KI funktioniert und was da alles beachtet wurde. Falls ihr also für einen visuellen Vergleich gekommen seid, den habe ich auch bloß geklaut, Leute. Aktuell gibt es das aber auch noch nicht für die Version 3, denn die wurde nur angekündigt und es gibt eine Preview sozusagen. Die einzigen, die ich euch also wirklich aus der Praxis zeigen kann, sind die von Version 2. Ah, und vielleicht ganz kurz, AMD oder Nvidia sind beide keine Sponsoren dieses Videos. Ich persönlich habe eine Nvidia 3090, die natürlich sehr viel speichert und auch Leistung und damit kann ich euch diese ganzen KI-Tools von dem Kanal hier vorstellen. Aber dazu nachher mehr. Allerdings ist GetInIT heute unser Sponsor. GetInIT ist eure Möglichkeit, mit euren Fähigkeiten einen Arbeitgeber direkt und einfach online zu finden. Und sie bieten euch am 21.09. ab 14 Uhr auch wieder die Möglichkeit, euch direkt mit eurem nächsten potenziellen Arbeitgeber zu vernetzen bei der Job.io. Das Thema diesmal Softwareentwicklung. Ich werde mit meinem Vortrag wieder das ganze Event eröffnen dürfen und anschließend habt ihr weitere Vorträge, die Möglichkeit, euren Lebenslauf von Experten durchchecken zu lassen und natürlich mal abzuchecken, ob ihr jemanden findet, der als Arbeitgeber zu euch passen könnte. Denn was ihr wissen müsst, Leute mit euren Fähigkeiten werden gebraucht. Sehr sogar. Sonst wärt ihr nicht auf diesem Kanal unterwegs. Das ist mir spätestens bei der Gamescom wieder bewusst geworden. So viel Talent wie unter euch findet man selten, wenn überhaupt. Und die meisten unterschätzen sich selbst massiv. Also schaut auf jeden Fall vorbei, zumindest zu meinem Vortrag, in dem ich über Softwareentwicklung und den Einfluss von KI reden darf. Danke doch mal an GetInIT für die Möglichkeit dazu. Okay, aber was genau passiert bei FSR oder DLSS eigentlich? Bei KIs wie FSR oder DLSS wird das Ausgabebild von eurem Game, wie schon gesagt, durch eine KI gejagt, wo nochmal ein bisschen Magie dazu passiert. Das muss in der Praxis aber auch kein Upscaling sein. Bei FSR 3, also dem von AMD, wird es wohl vier Modi geben. Native, Quality, Balanced und Performance. Bei Native wird das Bild nicht von der Auflösung her geändert, aber es wird von der KI nachgeschärft und Anti-Aliasing auch drüber laufen gelassen. Aliasing ist ein Effekt, den ihr vielleicht kennt. Ich habe da ein extra Video dazu gemacht, wobei es da sehr um Signaltheorie geht. Kurzum, es sieht halt einfach furchtbar aus, wenn man Aliasing-Effekte hat. Das soll die KI beheben. Beim Native-Mode wird also nur das Bild verbessert. Ihr könnt euch das ein wenig so vorstellen, wie die Kamera eures Smartphones die Bilder nochmal nachbearbeitet, nachdem sie geschossen wurden. Die anderen Modi, also Quality, Performance und Balanced, verbessern natürlich auch die Auflösung. Also machen euer Bild von 1080p auf zum Beispiel 4K. Während Quality natürlich dabei ein bisschen mehr Zeit braucht und Performance halt nicht ganz so gut aussieht, aber dafür schneller läuft. Denn dieses Upscaling, diese Upscaling-KI muss im besten Fall, ohne die Grafikkarte zusätzlich zu belasten, in einer Sekunde mindestens 30 Bilder bearbeiten. Eher mehr. AMD hat mich übrigens bei der Präsentation ziemlich überrascht, denn es wird nicht nur auf AMD-Grafikkarten, sondern auch auf Nvidia-Grafikkarten laufen. DLSS ist Nvidia-only. FSR soll bei allen Karten laufen. Ziemlich generös insgesamt. Funfact übrigens, auch für Konsolen ist das natürlich ein großes Ding. Playstation beispielsweise hat schon FSR in God of War dabei. Und für mehr Verbreitung gibt's das wohl auch bald als Plugin in der Unreal Engine. Das Ziel ist also insgesamt mehr Frames pro Sekunde, weil Bilder mit KI verbessern billiger sein soll, als das Bild wirklich in groß zu brechen. Und das ist verrückt. Aber es funktioniert scheinbar erstaunlich gut in der dritten Generation. Im Durchschnitt hat man mit FSR 3, so AMD, zweieinhalbmal mehr Frames pro Sekunde. Wie kann das sein? Wenn ich ein Bild mit Stable Diffusion berechne, schaffe ich keine 30 4K-Bilder pro Sekunde. Im Gegenteil, es ist ein 512x512 Bild pro 2 Sekunden, wenn ich Glück habe. Das liegt aber nicht an Nvidia. DLSS ist ähnlich bei der Performance. Doppelte Anzahl an Bildern pro Sekunde sind keine Seltenheit. Portal RTX als Aushängeschild soll sogar 5,5 mal so viele FPS haben. Also was geht da eigentlich ab? Und eigentlich, wenn wir mal genau sind, es wird sogar noch schlimmer. Wenn ihr mal mit Grafikkarten programmiert habt, wisst ihr, dass das Schlimmste ist, wenn ihr Sachen in den Speicher der Grafikkarte übertragen müsst. Deswegen brechen wir eigentlich alles, was wir können, immer in Batches. Kann ich 8 Bilder gleichzeitig brechen, geht das deutlich schneller als 8 mal ein einzelnes. Das liegt daran, dass ich in den Speicher reinschreiben muss, was eben extrem teuer ist. Aber hier kommt doch schon die Magie zum Tragen. Zunächst einmal müssen wir bedenken, ein Spiel behält sich logische 3D-Objekte. Und ganz klar, oder? Ein Bildschirm aber ist nur 2D. Und auch bei VR ist das übrigens so. Da habe ich halt dann zwei 2D-Bilder. Auf beiden Augen jeweils eins. Der Aufbau von eurem Game, also die Szenerie, die Animation, die Physik, das läuft klassisch gesehen erstmal auf der CPU, auf eurem Prozessor. Es wird berechnet, wo sich welche Charaktere gerade befinden und wie sie aussehen. Die Information für jedes Bild hingegen wird dann auf die Grafikkarte übertragen. Und dort geht es erstmal in die Pipeline. Zuallererst in die Geometrie-Pipeline. Wenn ich weiß, wo sich ein Objekt befindet, also zum Beispiel die Kamera steht direkt vor mir, und wie es gedreht ist, sprich ob Triss mir gerade voll ins Herz schaut, dann heißt das noch lange nicht, dass ich weiß, wie es auf dem Bild auszusehen hat. Schaut einmal ganz kurz nach vorne vor euch. Die Objekte, die ihr im echten Leben sehen könnt, sind bezogen auf eure Kamera, also eure Augen, etwas verzerrt. Sie sind wegen der Kameraposition transformiert. Ein Objekt wird, wenn ich ganz nah rangehe, sehr viel größer erscheinen, als es vielleicht auf weite Entfernung aussieht. Das wird als erstes mal berechnet, auf der Grafikkarte übrigens. Anschließend haben wir die Kamerakoordinaten, das heißt alles relativ zu unserer Kameraposition. Die nutzen wir nun, um Beleuchtung zu bekommen. Also, wie alle Schatten aussehen, wo das Licht hinfällt, was ist schwarz und was ist zum Beispiel gut beleuchtet und die Farben sind sichtbar. Dann wird abgeschnitten. Denn, naja, wir sehen ja auch nicht alles, weil unsere Kamera, also das Ding hier, nicht zum Beispiel alles im Bild hat. AKA, ihr habt keine Augen im Rücken. Das nennt sich Clipping. Ich will hier übrigens gar nicht so im Detail darauf eingehen. Damit habt ihr nur einen groben Überblick und der reicht euch für das Verständnis hiervon erstmal. Wichtig ist, dass nach dieser gesamten Berechnung das Bild berechnet wird. Das heißt, auf eure Objekte kommen Texturen drauf. Also, wie sieht die Oberfläche aus? Habe ich zum Beispiel ein schwarzes Mikrofon oder ist es vielleicht so bunt wie dieser Würfel hier? Okay. Anschließend wird rasterisiert und Raytracing draufgepackt. Zwei sehr komplexe Konzepte, die ich in separaten Videos vorstellen will. Aber in den gesamten Grafikkarten kommt am Ende dieser Pipelines ein weiterer Schritt. Das Post Processing. Mittlerweile ist dieser Schritt ziemlich frei programmierbar und einfach ein weiterer Schritt in unserer Grafikpipeline. Sprich, aus 3D-Objekten wird das Bild berechnet, Motion Blur und Co. kommen dann anschließend drauf und das wird dann einfach in das fertige Bild nochmal mit reinverarbeitet. Mit einer KI zum Beispiel. Und das ist clever. Denn wie schon besprochen, der teure Prozess, also das was nicht in Echtzeit geht, das ist das Übertragen von den Daten in den Grafikkartenspeicher. Dazu ist der Bus, der alles in den Grafikkartenspeicher schreibt, einfach zu langsam. Deswegen müssen Texturen übrigens auch einmal komplett geladen werden. Alles andere macht eure Grafikkarte live einfach nicht mit. Aber wenn ich ein Bild mit KI verarbeite und das Bild ja schon in meiner Grafikkarte drin ist, dann muss ich es nicht mehr neu speichern. Es wurde ja schon auf der Grafikkarte berechnet. Und es gibt noch einen ziemlich mächtigen Trick, den die Grafikkartenhersteller hier auch verwenden können. Es ist eigentlich egal, wie ausgelastet eure Grafikkarte mit der Berechnung des gesamten Spiels ist. FSR und DLSS sind ziemlich gratis von der Berechnung her. Zumindest in Bezug auf das restliche Spiel. Denn sie werden nicht mehr auf der klassischen Grafikkarte berechnet, sondern auf extra externen Recheneinheiten, den sogenannten Tensor Cores. Tensoren sind genau das, was man bei KI immer hat. Deswegen übrigens TensorFlow, you know. Tensoren sind im Grunde eine Verallgemeinerung von Skalaren, Vektoren und Matrizen, wenn ihr so wollt. Ein Skalar ist eine einzelne Zahl, also 42 zum Beispiel. Ein Vektor ist eine Liste an Zahlen, also 42, 42 zum Beispiel. Wenn ich jetzt zu den einzelnen Zeilen meines Vektors noch Spalten hinzufüge, also sowas wie ein Excel-Sheet, dann habe ich eine Matrix. Zeile 1, Spalte A ist 42, Zeile 1, Spalte B ist 1337 und so weiter und so fort. Und naja, dann gibt es eben noch Tensoren höherer Ordnung. Da haben wir in unserem Excel-Sheet für jede Zeile und jede Spalte nochmal mehrere Einträge. Drei Dimensionen sozusagen. Und das kann ich eben beliebig oft fortsetzen, so viel ich möchte. Dann habe ich vier Dimensionen, fünf Dimensionen, beliebig viele Dimensionen. Alle diese Konstrukte nennen wir jetzt Tensoren. Völlig egal, wie viele Dimensionen wir haben. Und Tensor-Cores sind jetzt todesoptimiert auf Operationen, die auf diesen Tensoren durchgeführt werden. Matrix-Multiplikation. Also die Multiplikation von zwei Excel-Sheets läuft wahnsinnig schnell darauf. Und nichts anderes braucht ihr bei einer KI. Sprich, FSR und DLSS haben ihren eigenen Extra-Platz auf der Grafikkarte, auf dem sie laufen können. Diese Tensor-Cores werden nämlich normalerweise nicht von dem eigentlichen Spiel benutzt. Und deswegen braucht es quasi keine Leistung der Grafikkarte, diese KI zu nutzen. Im Gegenteil, dadurch, dass ja das Spiel weniger genau berechnet wird, also in einer geringeren Auflösung, wird ja Leistung auf der eigentlichen Grafikeinheit gespart. Dass die Tensor-Cores genutzt werden, merkt die restliche Grafikkarte eigentlich fast gar nicht. Seit DLSS 3 und mit FSR 3 wird es aber noch einen weiteren neuen Trick geben, den ihr beim Zocken vermutlich gar nicht direkt merken werdet. Und der macht es für mich ein bisschen schwer, diese Benchmarks noch so für vollzunehmen. Die Rede ist von Frame Generation. Das macht eigentlich genau das, was es sagt. Es baut euch Bilder dazwischen rein. Heißt für euch, eigentlich habt ihr nur 30 FPS, sagen wir mal. Aber jedes zweite Bild wird mit KI in eurer Grafikkarte neu erstellt. Und damit habt ihr dann 60. Das passiert mit einer Technik, die sich Interpolation nennt. Sagen wir mal, ihr habt meinen Arm, einfach einmal so. Und im nächsten Frame ist er so. Dann wisst ihr, dass in den Frames dazwischen die natürliche Bewegung durchgeführt werden musste, die etwa so aussieht. Das heißt für die Grafikkarte, sie hat die beiden Bilder und kann so viele Bilder, wie sie will, dazwischen reinrechnen. Vielleicht eins mit diesem Zustand und eins mit diesem Zustand. Am Ende kommt für euch ein flüssiges Bild raus, das mehr als die üblichen Bilder pro Sekunde hat. Interpolation ist aber auch schon längst im Einsatz für alles Mögliche. Die meisten Animationen übrigens von Spielen arbeiten mit Interpolationen. Dadurch wirkt alles flüssig und man kann technisch so viele Bilder pro Sekunde von einer Animation haben, wie man möchte. Auch wenn diese Animation selbst eigentlich gar nicht auf 500 Frames pro Sekunde erstellt wurde. Sie wirkt dann aber am Ende trotzdem so. Und sogar Zeitlupe ist dadurch natürlich möglich. Die KI bei der Frame Interpolation hat dann aber einen großen Haken. Sie braucht das Bild davor und das Bild danach, um zu wissen, was dazwischen denn kommen könnte. Um diese Interpolation also hinzubekommen. Denn das ist ja eine Zwischenstufe, die davor und danach kennen muss. Aber auch das ist kein Problem, denn ein bisschen Delay ist ja in Ordnung. Und normalerweise habt ihr schon das nächste Bild fertig, bis ihr das erste komplett mit der KI fertig bearbeitet habt. So, jetzt sind die meisten vermutlich erstmal überwältigt, wie viel da im Hintergrund vielleicht geschieht. Denn ich habe all diese Technologien wirklich nur sehr oberflächlich vorgestellt. Im Hintergrund ist da natürlich noch mehr am Werk. Was das aber alles bedeutet, ist, dass die Grafikkarte immer mehr von ihrer Standardnutzung der Grafikdarstellung abweicht. Die Pipeline wird aufgeweicht und wird immer mehr selbst programmierbar. Und das ist schön. Ich habe schon manche Berechnungen auf der Grafikkarte programmiert, die selbst den Speicher beschreiben und von dort Berechnungen durchgeführt. Dumme Berechnungen, die sehr simpel sind, aber eben extrem parallelisiert werden können. Dafür ist die Grafikkarte so viel besser. Denn die Grafikkarte hat einfach viel mehr Kerne als eine CPU. Die Grafikkarte wird immer mehr zu einem Minicomputer in eurem Computer. Eigener Speicher, eigene Pipeline, eigene Prozessoren und immer mehr optimiert für Prozesse, die denselben Prozess gleichzeitig machen können. Und wenn ihr so einen Prozess habt, dann lohnt es sich immer mehr, mit der Grafikkarte sich auseinanderzusetzen. Ja, das gilt auch für die Auswertung von euren Wireshark-Scans oder auch die Anzeige von Videos wie diesem hier. Das schlafende Monster wird immer wichtiger und damit natürlich auch immer mächtiger. Ich freue mich ehrlich gesagt auf die Zeit und ich sollte auch mal wieder ein bisschen in Game Development reinschauen oder GPU-Programmierung vielleicht sogar machen. Was meint ihr? Habt ihr damit schon mal gearbeitet und Erfahrung? Schreibt mir das gerne mal.